Boah, ey! Vorsicht, lass'n Panzer. Wollte ich noch so nebenbei erwähnt haben. Da ist ein Panzer. Was ist denn? Ja. Wollte ich noch mal aufhören. Das Einsatzpiel wurde erobert. Aufwand! Das Gebiet ist ein feindlicher Räuter. Rück mit äußerster Vorsicht. Aufwand! Aufwand! Ich hab den Fall nicht in eurem Gebiet gesichtet. Ach, ich hab's einfach nicht drauf mit dem Rückwärtsfahren. Hier haben wir Feindlichen Falssejäger gesichtet. Herr, wir haben den Feindlichen Falssejäger gesichtet. Kaff, hier auf dem Einlass zu ziehen verloren. Hier auf dem Einlass zu ziehen verloren, auf. Hier auf dem Einlass zu ziehen verloren, auf... Einen hab ich gekriegt, noch einen hab ich gekriegt, Scheiße hinter mir, Panzer. Ja, lauf weg, der steht schon unter Beschuss, der ist down, oh du hast einen C4, sehr gut. Was brauchen wir da, da könnten wir an. Da hat er heißen, ja. Ja, da hat er heißen, ja. Ja, da hat er heißen, ja. Ja, da hat er heißen, ja. Innen drin, innen drin sitzen sie, innen, ja. Typ 88 LMG. Die schwärmen jetzt auf, auf F. Defensiv, defensiv, defensiv. Oh, da ist ein Panzer. Ich komm mal nicht durch, Scheiße. Ah. Knien. Achtung, alle herhören. Wir haben das Einsatzziel verloren. Das ist er nach. Hast du den gekriegt? Nee. Haben ihn gekriegt. Ja. Das war ein anderer. Nimm dir das medizinische Kohlstil. Entschuldigung. 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 Jetzt haben wir auch eine Levy da. Okay, innen drin scheint niemand mehr zu sein. Da hab ich jemand laufen sehen. Irgendwo bei dir. Sehr gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, gut. Kann ich Munition haben? Ah, da ist er. Guck, wir müssen es von hier aus schaffen nach E, ohne zu sterben. Guck, wir müssen es von hier aus schaffen nach E, ohne zu sterben. Da hab ich eben einen Sniper gehört. Der ist hier zwischen. Ich lauf mal weiter rein und greif an. Ich meine, das ist gleich großartig. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Die wollen wir nicht machen. Wir müssen doch sagen sie aber abwehren. Ich bin egal. Es sind so ganz. Wir müssen jetzt hier abwehren. Kann ich Munition haben? Merci beaucoup! Jeep! Schieß auf den Typen neben dem Jeep! Gott! Bist du nicht! Oben! Nein! Eine Granate! Boah, das waren einfach zu viele jetzt! Boah, das ist ein gutes Wort! Was ist? Wir sind zusammen am Support! Und ich bin der mit den meisten Kills! So! 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 Au, au, au! Munition? Vielleicht ein bisschen? Gut. Oh, wenn das jetzt nicht böse ausgeht. Oh Gott, das ist nicht böse. Auf eiskalten Triple Kill gemacht. Alter, hab ich ein Lack gehabt eben. Keiner von denen hat richtig gut geschossen. Nein. Der sitzt über mir. Nein! Innen drin. Boah. Egal. Was? Okay. Ah, der Panzer hat reingeschossen. Hm. Bewegt dich. Bewegt dich. Da unten waren auch noch zwei. Mhm. Äh, 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 äh. Ja. 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 Ich bin da oben auf dem Dach immer gepackt. Ich bin dort. Ja, das ist der mit der 95. Wir sind richtig krass drauf, die Leute. Ja. 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 Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Wuuu. Ja. Oh, das ist ein Panzer. Oh. Ist er stolz? Ja. Ich glaube hier haben wir ein bisschen durch die Gegend teleportiert. Mit 21 Gang. Ja, das war's. Aber schön eine Runde. Hm. 38,18. Ganz nett. Du hast ja gesagt, KD ist nicht wichtig. Ist es ja auch nicht. Es ist aber nett eine gute KD zu haben. So, Gimmick. Sowas. Ja, dann würde ich mal sagen, mit diesen Extrapunkten verabschieden wir uns für heute. Bis dann Leute.